Es ist so wie ein normaler Yoga-Kurs, aber auf dem Brett. Aber natürlich ein bisschen sanfter, ein bisschen softer. Unsere Absicht ist nicht, dass alle Teilnehmer ins Wasser gehen. Wir machen auch viel Meditation auf dem Brett. Es ist ein einfacher Flow, auch wirklich zugänglich für Anfänger, auch für Leute, die noch nie im Bett stehen. Ich bin herzlich willkommen. Es macht wirklich Spass. Es ist natürlich draußen in der Natur. Es ist die Tögelen immer tiefer, es ist das Wasser angeplätscher. Es ist ein wenig weg von allem. Das bietet natürlich eine super Kulisse. Und es ist schön, frei zu fahren. Ich bin Steffi und ich bin Franzi. Und zusammen sind wir bei You Yoga Massage. Hier in einem Jahr machen wir Soup Yoga hier auf dem Schiffenensee. Genau in Zusammenarbeit mit einem Sidecut, der Bretter und das ganze Material zur Verfügung stellt. Und für das können wir eine coole Kursarbeit hier auf dem Schiffenensee anbieten. Das ist eine gute Idee. Und dann geht's, Herr Kollchan. Und dann geht's, Herr Kollchan, und fianne admitted zu anderen. Insofern ist es eigentlich nicht. Tögelen sind schon eher von einem Arzt.